Hallo, ich bin Manuel aus Hamburg und ich mache gerade über RGV einen Freiwilligendienst in Kapstadt in der Flüchtlingshilfe. Bevor ich aus Deutschland abgereist bin, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ob das jetzt gerade so der richtige Zeitpunkt ist, in Zeiten von Corona einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen, auch noch in Südafrika, wo diese Mutation um sich geht. Aber seitdem ich hier gelandet bin, bin ich eigentlich sehr froh, dass ich die Reise trotzdem angetreten bin, denn im Moment sind die Infektionszahlen auf einem sehr niedrigen Niveau, niedriger als in Deutschland. Das überrascht mich selber auch, eben gerade wegen dieser Mutation, über die auch so viel in Deutschland gesprochen wird. Aber dadurch, dass die Zahlen so niedrig sind, konnten die ganzen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurückgenommen werden. Also man kann normal in Geschäfte gehen, in Bars, in Restaurants, in die Nationalparks, in öffentliche Gärten. Also das findet eigentlich alles ganz normal statt und da merkt man gar nicht so große Unterschiede. Was immer auffällt, ist eben das Maske tragen, aber das kennen wir aus Deutschland auch. Das muss man hier natürlich auch machen und viel Hände desinfizieren. Hier ständig wird die Körpertemperatur gemessen und geschaut, ob man Fieber hat. Also hier gelten eigentlich ganz ähnliche Sicherheitsmaßnahmen wie auch in Deutschland. Und das ist ja auch gut so. Natürlich gibt es immer mal wieder Menschen, die sich irgendwie nicht daran halten und die keine, die ihre Maske irgendwie nicht so ganz vollständig tragen. Aber das kennt man auch aus Deutschland. Also auch da sind keine so großen Unterschiede festzustellen. Und im Moment sind hier eigentlich alle ganz optimistisch, was so die weitere Entwicklung angeht. Und wir hoffen einfach, dass es eben so bleibt und dass die Krankheit und die Ansteckungszahlen auf einem niedrigen Niveau weiterhin auch bleiben, sodass man im Moment hier keine Angst haben muss, ständig von irgendjemandem angesteckt zu werden.